Na gut, dann bin ich aber gespannt. Super, dann spielen wir jetzt noch... Ich bin auch gespannt, wie ein Flitzebogen. Scribble it. Aber wie funktioniert das Spiel denn überhaupt? Wie ein Montagsmaler. Ja. Erst mal mit Scribble it. Wir müssen es unten mal raten. Ah, okay. Ist das auf Deutsch oder auf Englisch, Fügel? Kannst du umstellen. Bei mir ist es auf Deutsch. Hä? 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 So nämlich. Hä? Was? Was passiert hier? Die Sound sind ja geil. Wie wird es heute jetzt ausgemacht? Hopelnase. Hä? Was ist das? Ich habe an dich gedacht. Hallo? Oben sind übrigens Tipps von Zine. Ja. Da seht ihr, wie viele Buchstaben das hat. Ich dachte, das kennt ihr. Oh nein. Ich fand das super gezeichnet. Danke, Philipp. Bist du aus wie eine Holzlatte? Nee, was ist das? Bist du aus, als hätte da jemand so ein Profil zwischen den Zähnen. Ich dachte, das ist eine Banane oder sowas. Das war Spinat. Nein, ich meine Spinat. Oder so ein Boot oder so. Das war Spinat. Du bist so neun, Philipp. Das ist so ein Trinkhorn oder so. 5.000 Kohl. Oh Gott. Oh ja, danke. Du bist so ein Trinkhorn oder so. Nein, es ist wirklich ein Trinkhorn. Das ist so ne besondere Banane. Ich hatte irgendwie Trinkhorn. mit so einem Ding so ein Trinkhorn. Sauerkraut? Und wir waren an der Sabanne. Wie meint ihr mit der Sabanne? Ich hab ein 180er Ping. Warum wird der Ping hier angezeigt? Das ist ja richtig tryhard. Hä? Das verstehe ich auch nicht. Wo sieht man das? Oben links. Oh ja, ist gut. 150er Ping. What the fuck? 0 MS. Das check ich irgendwie nicht. Hä? Oh. Hä? Also warum ist denn da gerade... Also da sind doch irgendwie zwei Begriffe, oder nicht? Nein. Nein. Doch, bei mir steht oben ein Begriff und unten ein Begriff. Unten gibst du selber einen. Ich muss ja alles anders machen. Achso. Hä? Was wäre jetzt er denn? Hä? War das nicht gerade ein Segelbot? Hä? Ich bin so verwirrt. Was soll das sein? Ich werde es euch gleich erklären. Achso. Achso, du malst. Äh... Hä? Ähm... Hä? Achso. Äh... Jawohl! Hä? Alter, Hans Murf. Handel. Handel. Warum steht da drüber Piraten? Ich dachte, du musst Piraten malen. Nee, das war das Wort, was ich geraten hab. Also die Leute raten ja zwischendurch. Nein, nein. Oder? Das war schon in der Auswahl. Stand da Piraten. Nee, du wählst ja eins. Du wählst ja eins von den dreien. Ja, aber das waren zwei. Nee, bei dem Wort stand eben bei Lumi auch oben Piraten. Und unten drunter handelst. Deswegen. Das stand auch in der Auswahl so, deswegen ich dachte, dass ich Piraten malen muss. Deswegen hab ich auch das Boot gemalt. Ey, weil es ist ja voll dumm, dass man die Werte von den anderen sieht. Da kann man ja voll abgucken dann. Ja, aber das war da auch beim Montagsmaller, oder? Ja. Das kannst du malen. Junge. Das war nämlich. Mann, äh, vierter nur. Ach so, Kleidung, Gürtel. Oh mein Gott. Also Piraten war der Überbegriff. Ach so, ja, ja, ja. Wie? Was ist denn Piraten? Es gibt, das ist das Wortpaket, aus dem das Wort stammt quasi. Ach so. Eine Million Dollar. Ich bin einfach zu langsam. Und das im hohen Alter. Hä? Ja. Mit 31 wird man also Skribbelprofi. Ach so. Wow. Ich hab doch noch was auf, was ich mich freuen kann. Jetzt bin ich, jetzt brauch ich auch mal eine Erstplatzierung. Hä? Malst du schon was? Ach so. Hä? Wie kann man das schon wissen? Oh mein Gott. Ja, weil es alle direkt wussten. Ich bin nur noch vierter. Ach nee, das ist nur die Platzierung. Ah, okay. Es wird nach der Runde zusammengezählt jetzt. Mach die Musik ein bisschen leiser. Chat. Oh nein. 17 Trophäen hab ich. Ist das gut? Ich hab nur 16. Ich hab 26. Ja, okay. Das ist ja gut. Was habt ihr schon, ne? Oh, was ist der Hahn? 26? Der war so oft Erster. Hä? Oh Hahn. Wie portst du? 26. Das ist schuld. Du hast einen arschgeilen Schnauzerwesk. Ey, Philipp, danke. Hast du dir nur dafür Premium geholt? Nee, oder? Nee, man kann mehr Wortpakete und so auswählen. Das ist doch ein Partyhout, oder? Alter, ich hab auch Partyhout eingeholt. Äh. Was soll das sein, Alter? Äh. Oh. Oh, was? Ich bin da dran. Wie geht das denn? Hä? Hä? Was? Was ist das? Hä? Jawoll. Hä? Juhu. So. Hä? Als ob ihr das ein... Wie kommt... Hä? Wie kommt man denn da auf das Wort? Ich hab die ganze Zeit mit Fuchs eingegeben und gesagt, nah dran. Wow. Ich hab das nur gerafft, weil da oben jetzt das L stand. Ja, same. Hab ich das niemals gekriegt. Same, same. Ja, ich... Katze, aber deswegen hab ich... Ja, Luchs hat immer so diese Dinger an den Ohren, oder? Diese Püschel oben dran, oder? Ja, true. Was ist das denn? Äh... Das ist zu lang, Scheiße. Oh! Hä? 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 Nee. Ja? Du kannst... kannst es zurück machen, glaub ich so. Nee, nee, nee. Wobei, das sieht jetzt falsch aus. Hä? Ich weiß, ob das richtig ist. Garden. Hä? Hä? Ach so. Ja, same, hä. Huber buber. Ah. Nee. Ach so. Äh. Check's immer noch nicht. Lakritz. Oh Gott. Kennt ihr nicht diese Lakritz-Stand von Orden? Ich hasse Lakritz. Ja, ich auch, aber die kennen wir ja nicht. Ich habe in meinem Leben noch nie Lakritz gegessen, wusstet ihr das? Echt nicht? Einmal wusste ich. Oh, nix. Aber ich finde, Lakritz riecht gut. Aber ich finde, Lakritz riecht gut. Aber ich finde, Lakritz riecht gut. Aber es riecht gut. Süßigkeit. Ja, aber ich bin ja auch bald alt. Fili ist nah dran. Hä? Ach so. Äh. Ey, ich bin schon wieder komplett überfragt. Ach so. Ah. Oh Mann, ey. Am, 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 am. Hä? Mb. Ach so, da fähig jetzt dreimal Fluss ein und denk mir so, hä? Oh mein Gott, ja. Mit vier Buchstaben, Fluss. Wie mache ich das denn jetzt? Ich habe ja das nie in der zweite Buchstabe, ich denk mir so, hä? Äh. Oh. Keine Ahnung, dass ich, äh. Das sind teilweise aber echt scheiße, oder ne? Prime ist mehrkostenfrei. Oh Gott. Äh. Hm. Oh. Ah. Was? Was? Junge. Ah. Wie soll man so was machen? Vor allem malte erstmal ne Straße daneben. Was ist das? Ja. Ja. Ist der Autobahn, Raststätte, Ausfahrt. Alter, ob wir so eine Reise... Was? 13 Wörter? Wie ist das denn? 13 Wörter, halbe Buch. Oh yeah! Let's go! Ich kann ja gar nicht die Farbe wechseln, dann geht das nicht. Äh. 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 Junge, wie bist denn du? Ah. Das ist easy, du hast Übegut von Bato gemalt. Besser willst du nicht. Das war halt so lange, ey, dieses Wort. Ja. Äh. Ich dachte erst, das ist so ein Krankenhausbett oder so. Oh. Was? Kann man schreiben? Klick. Eigentlich nicht, aber Philipp hat auch schon. Nein! Ach, Mann. Jawohl, Hahn. Minuspunkte. Oh, elf. Hallo, Reddy. Ich bin Hahn. Äh. Oh. 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 Ey, jetzt habe ich gerade Krankenhaus geschrieben und jetzt kommt es danach direkt. Oh, so geil. Oh, Mann. Wie schnell ihr alle tippt? 23. Kann man damit was reißen? Ich habe auch 23. Eiße. Ich bin hier offenbar nicht so viel. Wink, 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 wink. Junge Hahn. Ja, ich komme für dich, Hahn. Ich komme für dich. Oh. 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 Ich lache da dreckig. Was kommt jetzt? Oh, nee. Jawohl. Ähm. Oh. Oh. Hä? 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 Nacktpiener. Hä? 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 Was ist das? Ich schick's nicht. Was soll das sein, Alter? Ich rauf nicht. Was soll das sein? Hä? Hä? Leute! Was soll das sein? Hä? Niemand hat es erraten. Warum nicht? Moment. Was soll es sein? Hä? Es ist die Volkswagen Currywurst, Leute! Ich dachte wenigstens, Philipp kommt drauf. Mist. Das war die Volkswagen Currywurst. Ja, offensichtlich. Ihr müsst das nicht erkennen. Mehr kriegt der nicht. Hä? 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 Oh mein Gott, das ist ja easy. Was ist das? Mann! Kegel! Bowling! Wir machen es noch schöner. Hättest wenigstens mal zwei Löcher machen können oder so. Ja. Hm. Cool. Also besser geht es wirklich nicht, ne? Na dran, Toni. Na dran. Hä? Tauscht das eh mal mit einem U. Oh nein! Verdammt! Ach, ich dachte die ganze Zeit, der Bart von Franzi ist der Mund und deshalb dachte ich, wo hat er denn das Teil stecken? Hehehe. Hehehe. Oh er sieht voll glücklich aus. H completely monkey. Waob收ime heinformisch. Oh bei glücklich ist. Ha! Äh, gang. Hehehe. Was ist das denn? Ja! Ach so. Hehehe. Oh Mann, das hätte ich brauchen müssen. Ja. Weil ja sieht echt glücklich aus, als ob er die Welt retten möchte. Hehehe. Also irgendwie raffe ich deine Zeichnungen nicht, ich bin zu dumm dafür. Eigentlich ist ja Lumi, die malt. Hä? Ich hab an Cape gedacht und dachte mir, hä, das Wort ist jetzt so lang dafür. Ich kann im Kopf immer nicht nachrechnen, wieviel Buchstaben Wort hat. Ich krieg das immer gar nicht hin. Ich auch, überhaupt nicht. Dann hast du gar nichts zu legen. 13. Boah. Das zum Beispiel nicht. Das sieht aus wie dieses, are you winning, son? Jo. So, ich hab nichts anderes mehr. Das ist echt scheiße gemalt. Okay. Oh mein Gott, das ist ja so schlecht, hier das andere nehmen soll. Ach so. Hä? Oh mein Gott, das tut mir so leid. Ich bin drauf gekommen, Philipp. Jesus Christ. Aber das war schon echt krass. Das ist ja so ein fricking langes, verkettetes Wort. Hey, das kann nicht das Wort sein. Ich weiß nicht, was ich schreien soll. Guck mal, ich mach sogar noch 3D draus. Bringt zwar nichts, aber... Was ist Eiswürfelform? Oh mein Gott. Was ist das denn? Entschuldigung, kannst du mir mal die Eiswürfelform reichen? Ja klar, reich ich dir die Eiswürfelform. The fuck? Wer nennt das denn so? Wie nennst du das denn? Eiswürfel. Aber du reißt ja nicht den Eiswürfel, sondern das... Ich nenn das nur Eiswürfel. Ach so. Das sorgt bestimmt für viel Verwirrung, wenn du sagst, ich möchte einen Eiswürfel in meinem Getränk und dann gibst du jemandem die Eiswürfelform in dem Getränk. Ich verstehe nicht. Ach man, das geht hier schon wieder nicht gerade. Ich weiß nicht warum das manchmal nicht geht bei mir. Oh! Ha! Man, ich tipp viel zu lange. Ich wollte schon viel früher weinen damit. Hä? 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 Ach so. Jawoll. Hä? Junge, man muss fucking Buchstaben mit dem Strich machen. Ohne Strich. Ohne Strich. Nee, geht auch ohne. Geht auch ohne. E-Gitarre? Du Huren... Was? Was soll das denn? Okay. Mach doch noch keine E-Gitarre. Wer hat das gezeichnet? 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 Ja, aber guck drum drauf. Da war doch eine Leerstelle zwischen. Oh, ich bin so sauer. Sorry. Junge, warum schreibe ich denn... Oh, das ist so depressing. Junge, warum... Hä? Oh nein! Oh mein Gott. Ich hab an Unwetter gedacht und hab erstmal Ungewitter geschrieben. Ja, dumm. Aber da gibt's ja wirklich. Ungewitter. Oder? Ja, ja klar. Das war nicht meine Runde nur 15 abgeholt. Bin dumm. Ich dachte, das ist Unwetter. Aber Ungewitter gibt's ja auch. Ja, aber Flask hat doch ordentlich gepunktet. Der ist nur 1.5. Das muss der Erste sein, oder? Fuck! Guck dir diesen Snurfer an. Das Schlimmste ist, dass in meiner Runde einfach niemand erraten hat, was war. Bei der Macht des Schnauzers. Und das können wir jetzt nochmal machen. Und dann können wir so auch mal irgendwie mit Filmen und mit Videogames nehmen so ganz viele Wortpakete und so. Hier ist ein Paket, das heißt, bin scheiße am Zeichnen. Lass das nehmen! Ich kann das nicht ausmachen, leider. 60 Wörter. Hä? Ich hab gar nicht so viele Wortpakete. Ja, weil wir Lobbyen auf Deutsch haben. Aber ich hab jetzt einfach Videospiele gemacht. Filme gibt's gerade nicht. Aber ich stell das nachher um. Na gut. Was haben wir jetzt nochmal? Sorry. Videospieler? Videospieler. Warum geht das hier nicht? Oh Gott. Hä? Scheiße, kenn ich überhaupt genug Videospiel? Ich kenn's! Hä? 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 Ihr habt doch noch gar nichts gemalt! Hä? 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 Ich hab auch meine Zeichnung zu flamen. Was soll das? Das find ich nicht gut. So. Dann müssen wir ja nur oben gucken. Ja. Ich bin schon. Scheißspiel. Ich hab die ganze Zeit an Filme gedacht. Die ganze Zeit flucht der Karibik? Hä? 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 Was ist das denn? Among Us. Ja, wer ist er denn? Äh. Hä? Ich seh ihn, Alter. Alter! Das! Ja, ich kann das halt. Also, zeichne er selber besser, ganz ehrlich. Was? Hä? Hä? Oh! Was soll das überhaupt sein? Oh, das ist so lange gedauert. Das war ja eigentlich voll gut. Ja, das ist halt falsch rum. Das soll dieser Schwanz sein. Von dem einen Spiel. Ach so. Ach so. Und den hast du vorne herangemalt. Ja, ich hab danach ein Gesicht gemalt, damit ich es erkenne. Aber eigentlich war das die Rücksicht so. Also die Rückenansicht. Dingens. Wir machen jetzt Speedrun, okay? Ja. Okay, ich probiere das. Du schaffst das, Tully. Oh. Hm. Hä? What? Nah dran? Wie kommst denn du da auf nah dran, bitte? Hä? Hör auf jetzt. Was ist das? Ich kenn halt nicht so viele Spiele. Hä? Was für nah dran? Hä? Ich hasse euch, wenn ihr... Warum ist das nur nah dran? Mehr S für die... Was ist das? Ah. Ach so. Doppelt ist Doppel-S. Doppel-Doppel-S ist. Ja klar. Mann. Danke für die. Ah. Mann, ey. Wie seid denn hier so schnell drauf gekommen, ey? Ich guck halt nur oben auf die Buchstaben. Das ist... Oh ja. Ich muss gleich mal gucken, was man vielleicht ausstellen kann, irgendwie. Das ist nicht Jurassic Park. Hm. Ich bin so verwirrt. Ich auch, ja. Kennen wir alle dieses Spiel? Ach. Ja, hoffentlich. Vielleicht. Ein bisschen auch. Hm? Wie bist denn du da jetzt schon wieder drauf gekommen? Ja, wenn du das weißt, dann weißt du es. Weißt du? Ah. Ah. Oh, aber ganz knapp. Ganz knapp. Hä? Wer weiß ich nicht. Oh nein. Das Problem ist, ich wusste nicht, was man da jetzt noch malt. Ich wusste nur, dass das eine Ziege ist. Malt man auch eine Ziege? Ja, das wusste ich auch nicht, hat man ja gesehen. Unicorns. Nein, das habe ich... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Philipp, was hast du gemacht? Okay. 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 Was? Hä? Oh mein Gott. Nee. Hä? Wer ist nur das erkannt? Was ist das? Scribble it. Ach Mann, ey. Ich hasse alles. Hä? Junge. I hated you. Ich hab's laut gesagt, weil ich dachte, das kann es eh nicht sein, weil es ja zwei Wörter sind. Aber es war einfach nur Scribble. Ja, übertreib. Junge, ich hab 13 Punkte. Oh. Was hast du nochmal gemalt, Lumi? Okay. Ich hab Zelda gemalt. Ah, hä? Das haben alle überschneider gemacht. Hä? Was? Hä? 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 Was soll das sein? Hä? 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 Nooo? Oh! Oh nein! Mann, ich hab gar nicht an sowas gedacht. Oh mein Gott. Oh ist das so spielig? Oh! Hä? 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 da sind die Spiele, auch alle so mega schnell. So bei mir schalt es das gerade im Bild alsos. Und dann höre ich und wow, wow, meau! Mann. Das klatsch討se so. Alligato 4! Vielleicht geht's in try hard position. Oh nein. Wer malt? Oh, Chris. So, Flask, ich will jetzt was sehen. Oh nein, das ist bestimmt was. Scheiße, es ergibt ja gar keinen Sinn. Hä? Ah, okay, alles klar. Jawoll. Was soll das sein? Und du hast trotzdem schneller Haaren. Damn you. So. Was ist das? Ich dachte, ich bin einmal schlau und schnell. Och, Mann. Ich bin schlau und schnell. Dumm und Scheiße. Was soll denn das sein? Insel erkannt. Lollipops. Über einem Geschenk. Oh mein Gott. Animal Crossing? Ja. Da fliegen wir so Geschenke an. So Ballonstüchte gegen. Ich dachte, da gibt's doch welche ... Eine Insel. Ja. Und da fliegen immer Geschenke mit Ballons durch die Gegend. Warte mal. So. Muss halt gespielt haben dann, Philipp. So was spiel ich nicht. Ja. So was spielst du nicht. Siehst du, was dabei rauskommt? Ja, toll. Manu hast ja recht. Junge. Der ist ja richtig verwirrt. Der ist ja süß. Der ist ja süß. Ja, sehr gut, Franzi. Mach ihn noch süßer. Okay. Oh nein. Hey, wie kommt der da drauf? Der war vor mir. Der war vor mir. Linda war noch schneller. Scheiße. Es gibt so zwei Striche, die mich da in eine Richtung geführt haben. Hä? Das ist Bubba Simulator. Ach, Mann. Und da muss man Lumi auch zugehört haben vorhin. Ach, Gott. Wie kommt man denn da auf Genshin Impact? Oh, ja. Es ist ein cutest Kawaii Anime Girl. Mit großen Bubas. Und die alle so großen Bubas, ja? Ja. Ja. So. Die haben auch krasse Jiggle Physics. Mhm. Aber richtig heftig. Äh. 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 Fuck. Ist das schnell? Äh. 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 Ach so. Erstklassig gezeichnet. Oh, nice. Äh. 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 Das ist Donkycom. Hä? Ich hab's auch nur wegen den Staben Omerrat. Was ist das denn hier? Ich hab erst gerade Doodle Jump. So. Ja, das hier auch. Das gab's ja auch mal. Ja, das wär auch von den Buchstaben ausgegangen, deswegen. Ah, wie heißt das nochmal? Junge, ich dachte, hä? Tetris passt überhaupt nie rein. 3 Anläufe gebraucht, um zu schreien. Schmeckmann. Puakmann. 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 Blinky, Inky. Da hab ich das Liederzeichen nicht weggelassen, eh. Heute. So. Äh? Ba baum 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 baum. Ja, sind die Dimensionen jetzt nicht so gut. Äh? Äh? Pokémon Stadium. Oh mein Gott. Du meinst, wie du wirklich atmen? Hä? Äh? Die Existenz von Pac-Man impliziert die Existenz von Pac-Woman, by the way. Just saying. Fußball! FUBA! Das Spiel, wo man Fußball spielt. P.E.S. 9. Oh mein Gott. Ich hab erst gedacht, so Hockey oder so. Ja, die Dimensionen vom Spielfeld waren jetzt nicht so gelungen. Da geh ich hinzu. Du hast halt auch einfach dich gegen Grün geweigert. Äh? Äh? Das dauert aber auch noch. Farben sind für Loser, sag ich immer. Mann, ey. Mein Gehirn ist gar nicht mit euch synchronisiert. Mir fällt es auch voll schwer, so schnell zu denken, Luni. Äh, Luni sag ich schon zu dir. Luni. Miau miau. Ich sag immer zu Luna Luni. Und manchmal sag ich zu Luna auch Lumi. Ich denk mir so, hä? Was ist jetzt los? Mh. Schon wieder? Ach, Mann. Können wir jetzt ohne Wortpaket machen? Ach so. Oh, Mann. Scheiße. Ich weiß nicht, dass das nochmal kommen kann. Scheiße. Bei mir hat Tarn das das letzte Mal schon gemacht, oder? Hä? Schon. Ist das jetzt auch wieder das gleiche? Nö. Also, ja doch. Ah, nee, warte. Das machen wir dann anders, ne? FIFA. Weg an das Spiel. Kuba. Ähm. Hä? Five Nights at Freddy. Schade. Wann hat's schon wieder? Junge. Hä? 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 Ja. Blässt das bestimmt gerade richtig rein. Finde ich gut. Ich versteh's nicht. Ist ja richtig dumm. Ja. Hä? Ein Horror-Game? Du warst schon richtig, Franzi. Hä? Aber wie soll man das denn schreiben? Hä? Oh, hä? Nervig. Boah, nee. Danke, Franzi. Nee, komm. Na. Five Nights at Freddy's. Sie hat's falsch. Waren auch immer richtig. Oh, das ist falsch. Boomerang Man. Hä? Hä? Was passiert dir gerade? Das sieht so ungesund aus. Ah. Hä? Das kann man gar nicht erraten. Also noch besser hätten wir es, glaube ich, nicht dastehen können. Weiß ich nicht, du. Du hast den Kopf auch noch rechteckig gemacht, ey. Ja. Junge, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ey, genau so sieht das Spiel aus. Wie kann man denn so Minecraft zeigen? Okay. Scheiße. Picasso. Mhm. Okay. Bist du sicher, dass du mein Grafik-Tablet angeschlossen hast? Ich hab das noch nie gespielt, okay? Noch nie? Ja. Nein. Okay, wir machen Minecraft-Tablet auf. Eurosimulator. Hä? Ist das jetzt wirklich wieder Eurosimulator? Nicht ganz. Mann. Scheiße. Oh. 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 Nee. Halt, stopp. Ups. Naja. Hä? Ähm. Europa. 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 Was kann ich dir noch malen? Oh, Manno. Europa. Ich sag überhaupt nicht mehr, was ich denke. Es ist ja halt echt immer was in die Richtung. Euro Simulator voll gut. Mann, ich hab kein Bock mehr. Oh. Erste, drei, letzte Mal. Oh. Oh. Alles klar. Mann. Alrighty. Drei Striche gemahlen. Komm, Philipp, gib alles. Hä? Hä? Triff ich mein I die ganze Zeit nicht? Jawoll. Mann, ich hab einfach, ich konnte einfach nicht tippen. Ich bin zu dumm. Mann, Jupp, Julli hab ich geschrieben. Jupp, 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 Jupp. Mann, ich hab keinen Bock mehr, ey. Meine Finger sind so scheiße. Ah, das war keine gute Runde. Philipp hat 20. Philipp hat 20. Ich kommt nicht komplett. Du dich gesmurft die Runde. Aaaaahhah. Ahhhh. Aaaaaahh. Piano 7. Ich bin dritter! Easy. eataáä app Eata tasting. אIGA Asomic